Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Alois Irlmayr der gelbe Strich Teil 2 In diesem zweiten Teil unserer Videoserie beschäftigen wir uns mit dem Verlauf des gelben Strichs, den Alois Irlmayr in seinen Prophezeiungen gesehen hatte. Dabei analysieren wir, von welchem Ausgangspunkt dieser gelbe Strich verlaufen könnte und wo sein möglicher Endpunkt liegt. Es ist zu beachten, dass Irlmayr dieses Szenario nicht als isoliertes Ereignis betrachtet hat. Vielmehr ordnet er es in den größeren Kontext seiner Voraussagen ein, insbesondere im Zusammenhang mit einem von ihm beschriebenen Dritten Weltkrieg und dessen verheerenden kriegerischen Folgen. Und nun geht's los mit dem Video. Um die Prophezeiungen von Alois Irlmayr richtig zu verstehen, folge uns auf eine interessante Reise. In Band 1, die letzten Tage, die Heerwürmer, die Finsternis und das Schicksal der Deutschen. Band 2, Beweise seiner Gabe, ein Buch voller Beweise, von Zeitzeugen bis hin zu Gerichtsurteilen. 2025, die Endzeit im Band 3. Blicken wir auf das, was kommt. Diese drei Bücher bieten Ihnen die einzigartige Gelegenheit, das Wissen und die Orientierung zu gewinnen, um das Kommende besser zu verstehen und vorbereitet zu sein. Wer die Botschaften Alois Irlmayrs ernst nimmt, wird erkennen, wie wertvoll seine Prophezeiungen sind für die Herausforderungen unserer Zeit und für das eigene Überleben. Mit scharfem Blick durch den Nebel der Zeit sah er die Tage, die die Welt entzweit. Alois Irlmayr, der gelbe Strich, Teil 2 Um besser nachvollziehen zu können, was Alois Irlmayr über den Verlauf und die Auswirkungen des gelben Strichs vorhersagte, teilen wir eine seiner eindrucksvollsten Prophezeiungen in zwei Abschnitte auf. Dadurch möchten wir die Analyse klarer und verständlicher gestalten. Das Zitat stammt aus »Blick in die Zukunft«, Ausgabe 2 von 1950 in der Zusammenarbeit von Konrad Adelmayr und Alois Irlmayr. Irlmayr schilderte den Verlauf des gelben Strichs folgendermaßen. Zitat Aber dann kommen die weißen Tauben und es regnet auf einmal ganz gelb vom Himmel herunter. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer rollen noch, aber die Fahrer, die sind schon tot. Dad, wo es hinfällt, lebt nichts mehr. Kein Mensch, kein Vieh, kein Baum, kein Gras. Das wird alles welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, weiß ich nicht und ich kann es auch nicht sagen. Es ist ein langer Strich, wer darüber geht, stirbt. Zitat Ende Diese Prophezeiung von Alois Irlmayr beschreibt ein apokalyptisches Szenario, das durch das Bild der weißen Tauben und des gelben Strichs eine unheimliche und bedrohliche Symbolik erhält. Die weißen Tauben könnten wie bereits in Teil 1 thematisiert unbemannte Drohnen sein, da ihre lautlose Bewegung durch die Luft und ihr zerstörerisches Potenzial mit moderner Technologie in Verbindung gebracht werden kann. Der gelbe Strich scheint sich auf eine chemische Substanz zu beziehen, die von diesen Drohnen gleichmäßig in einer geraden Linie abgelassen wird oder eben, wenn das Kästchen runterfällt, explodiert, kann man nicht genau sagen. Diese Substanz würde schnell zu Boden sinken und unmittelbar danach ihre tödliche Wirkung entfalten. Die toxische Substanz wirkt dabei mit solcher Schnelligkeit und Intensivität, dass alles Leben der Menschen, der Tiere und der Pflanzen im betroffenen Bereich sofort ausgelöscht wird. Man muss auch davon ausgehen, dass das sich auch noch länger hält. Die Vegetation wird dort angeblich und wird schwarz, was auf die extreme Giftigkeit und zerstörerische Natur dieser Chemikalie hinweist. Die Aussage, die Panzer rollen noch, aber die Fahrer da drin sind schon tot, verdeutlicht, dass selbst in geschützten Fahrzeugen niemand sicher ist. Die Wirkung der Substanz ist durchdringend und überwindet sämtliche Barrieren. Dies liegt nahe, dass die Chemikalie so konzentriert ist, dass sie innerhalb kürzester Zeit eine maximale Vernichtung herbeiführt. Die Tatsache, dass die Gebäude unversehrt bleiben, verstärkt den Eindruck, dass es sich um eine gezielte Waffe gegen Leben handelt und nicht gegen Infrastruktur. Mit dem Hinweis, wer darüber geht, stirbt, wird klar, dass die Gefahr nicht sofort endet. Wir gehen davon aus, dass der Strich ungefähr so breit ist, wie man eine große Straße oder einen großen Fluss überqueren könnte. Wir deuten dies anders als andere, denn von einer konkreten Breite, die sich auf eine Breite von mehreren Kilometern bezieht, sprach Irlmeier eben nicht. Stattdessen gab Irlmeier den Hinweis, dass der gelbe Strich so breit sein soll, dass die, die drüben sind, nicht rüberkommen und andersherum. Denn er sagte, die Herren sind, können nicht mehr zurück und die Trennderen können nicht mehr herüber. Der Zweck soll doch sein, dass ein bestimmtes Gebiet der Länge oder der Breite nach nicht mehr überquert werden kann. Dies kann auch mit einem Korridor von einigen Metern bis etwa eine Breite von 350 Metern genauso erreicht werden. Die Koordination von Tausenden von Drohnen, die einen breiten Korridor von Kilometerlänge erzeugen würde, wäre logisch ein viel zu großer Aufwand. Denn es wäre möglich, diesen Effekt des gelben Strichs mit einer wesentlich geringeren Breite und deutlich weniger Ressourcen genauso zu erreichen. Der Spruch von Irlmeier ist hierbei schon das Maß der Dinge. Der gelbe Strich markiert eine unsichtbare Grenze, die von niemandem mehr betreten werden kann. Dies könnte auf anhaltende Rückstände oder eine länger anhaltende toxische Wirkung hinweisen, die selbst nach dem Einsatz bestehen bleibe und die Region für ungewisse Zeit unbewohnbar machen würde. Damit wäre ein eventueller Nachschub des Feindes oder ein Zurückweichen des Feindes so gut wie unmöglich gemacht. Und genau um diesen Zweck zu erzeugen, würde der gelbe Strich in Kriegszeiten eingesetzt werden. Da alles darauf hindeutet, dass der gelbe Strich durch unsere Verbündeten entsteht, muss aber auch gesagt werden, dass ihnen der Kollateralschaden scheinbar egal ist. Im zweiten Teil des besagten Zitats ergeben sich noch weitere Anhaltspunkte über die Auswirkung eines solchen Szenarios. Zitat Dann bricht bei den Herenteren alles zusammen. Zurück kommt keiner mehr. Welche Jahreszeit es ist? Trüb, regnerisch und Schnee durcheinander. Vielleicht Tauwetter. Die Berge haben oben Schnee, aber herunten ist es Aper. Gelb schaut es her. Ich sehe vorher ein Erdbeben. Zitat Ende Für diejenigen, die sich im Rahmen des gelben Strichs bewegen oder eben dort wohnen, sollten also bei dem Vorzeichen des Erdbebens spätestens dann die Beine in die Hand nehmen. Die Prophezeiung, dass der gelbe Strich von Prag aus bis zu einer Bucht an der Ostsee verläuft, beschreibt eine Katastrophe, deren Verlauf und Auswirkungen sich klar abzeichnen lassen. Über den tatsächlichen Verlauf kann man nur spekulieren, da man nur den genannten Ausgangspunkt Prag kennt. Geografisch betrachtet könnten einige mögliche Endpunkte an der Lübiger Bucht Roststock, Warnemünde, Swinnemünde oder Stettin nahe der Pommerschen Bucht liegen. Auch die Danziger Bucht in Polen käme eventuell als mögliches Ziel in Frage, wobei dies eine längere Strecke bedeuten würde. Aber genaue Angaben wurden nicht gemacht. Es bleibt daher rein spekulativ, welche genauen Zielorte Irlmayr gemeint haben könnte. Klar ist aber, der mögliche Verlauf des gelben Strichs würde Teile Tschechens, Deutschland und Polens durchziehen. Da der gelbe Strich wohl in einer geraden Linie ausgeführt würde und die chemische Substanz über eine Breite von wenigen Metern bis hunderten Metern Breite haben könnte. Die Substanz sinkt unmittelbar nach der Freisetzung schnell zu Boden und tötet eben alles entlang ihres Weges. Die möglichen Auswirkungen auf deutsche, tschechische und polnische Gebiete wären verheerend. Eine Frage, was aufkommt, ist der Ausdruck, Dort, wo es angeht, ist eine Stadt ein Steinhaufen. Den Namen der Stadt darf ich nicht sagen. Irlmayr war kein Mensch, der sich irgendwie hat was vorschreiben lassen. Also ist die Frage, warum durfte er es nicht sagen? Aus welchem Grund? Da bleibt ein großes Fragezeichen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, warum hat Irlmayr dieses Gebiet nicht genannt? Oder besser gesagt, warum durfte er dieses Gebiet nicht nennen? Wer hat es ihn verboten? Auf deutscher Seite träfe der gelbe Strich je nach Verlauf Regionen wie Sachsen oder Brandenburg. Und es könnten Städte wie Cottbus, Bautzen oder Frankfurt-Oder und in Mecklenburg-Vorpommern mit Rostock und Lübeck betroffen sein. In Polen wären besonders Schlesien und die Region um Tschechien betroffen. Auf tschechischer Seite würden Gebiete nördlich von Prag, etwa Liberetsch, direkt in Mitleidenschaft gezogen. Die Opferzahlen werden jedenfalls enorm. Da die Wirkung der chemischen Substanz sofort eintritt, gäbe es keine Möglichkeit zur Evakuierung oder Schutzmaßnahmen. Neben den unmittelbaren Verlusten an Menschenleben hinterließe der gelbe Strich auch möglicherweise langfristige Schäden. Die betroffenen Landstriche wären unbewohnbar, da die toxischen Rückstände den Boden und die Umwelt möglicherweise dauerhaft vergiften könnten. Insgesamt beschreibt die Prophezeiung eine Spur der vollkommenen Vernichtung. Die ganze Landstriche entvölkern und womöglich dauerhaft unbewohnbar machen könnte. Der gelbe Strich symbolisiert ein schreckliches Kriegsszenario, deren Wirken apokalyptische Dimensionen erreichen könnte. Es soll sich bei der angegebenen Jahreszeit sich entweder um Spätherbst oder Frühjahr handeln. Beides könnte möglich sein, da Irlmayr auch Schnee in den Bergen sah und dem Tal soll es schon abtauen. Der mundartliche Begriff Aper wird auch als schneefrei definiert. Fazit Alois Irlmayr identifizierte eindeutig Prag als Ausgangspunkt des gelben Striches, ließ jedoch den genauen Endpunkt offen, was eine präzise geografische Einordnung erschwert. Der Begriff die goldene Stadt wird von einigen von euch als in den Kommentaren als eventuell auch Moskau bezeichnet, weil er eben auch goldene Dächer hat. In dem Blick in der Zukunft ist aber Prag direkt beschrieben. Mit einer geschätzten Länge von 500 bis 700 Kilometern würde dieser Strich weite Teile Mitteleuropas betreffen, darunter die Regionen Tschechien, Deutschland und Polen. Die Breite des Korridors sowie die Dauer der toxischen Wirkung bleiben unbekannt, was es natürlich schwierig macht, die Reichweite und die genauen Folgen der Prophezeiungen abzuschätzen. Angesichts der potenziell betroffenen Gebiete und der sofort tödlichen Wirkung der chemischen Substanz werden Tausende, möglicherweise sogar Hunderttausende von Menschen auf deutscher oder tschechischer wie auch polnischer Seite extrem gefährdet. Auch die Zerstörungskraft dieses toxischen Mittels ist so enorm, dass kein Lebewesen in der davon betroffenen Region überleben könnte. Und das von ihm am Ende des Zitats vorhergesagte Erdbeben könnte auch als erstes Anzeichen der bevorstehenden Finsternis interpretiert werden, da diese sich bereits im Vorfeld durch zahlreiche Naturkatastrophen ankündigen würde. Die von uns hier genannte Hypothese, die wir basierend auf dem Buch von Blick in die Zukunft von 1950 gemacht haben, wird den einen oder anderen wie ich euch kenne nicht passen. Nur denkt mal selbst darüber nach, was geschrieben wurde und das von jemandem zu dem Zeitpunkt, wo Alois Irlmayr noch lebte. Hätte dieser Mann etwas geschrieben, was Irlmayr nicht, sagen wir mal, abgewunken hätte oder durchgelassen hätte, hätte Irlmayr, wie er auch schon zuvor es getan hat, denjenigen auch verklagt oder sich an die Presse gewandt, dass es eben nicht so ist, wie Adlmayr es geschrieben hatte. Denn Irlmayr hat sich sehr wohl gewehrt gegenüber den Zeitungen oder eben auch Verlegern, die Falschaussagen zu seinen Prophezeiungen gemacht haben. So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil der Videoserie. Wie immer einen herzlichen Dank geht an alle unsere Kanalmitglieder, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft unseren Kanal Future Whispers tatkräftig unterstützen. An alle, die uns wohl gesonnen sind, bleibt wachsam und gesund, bis zum nächsten Video. Servus, euer Mike. Werden es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Das Erbe Irlmayrs schwer wie Stein, es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischenzeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse, tief verkranken in der Erde, Irlmayrs Worte mehr als nur Legende. Vorzeichen am Himmel, klar und rein. Future Whispers deckt auf, was verborgen sein. In der Stille der Nacht erwachen Gedanken, Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken. Verlorene Wahrheiten von Future Whispers gefunden, die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden. Aufwachen soll die Welt erkennen, dass sie was verbunden ist.